So Leute, ich würde gerne am Anfang, bevor wir jetzt rein starten, ganz kurz auf etwas reagieren und zwar Frag eine Domina von Hypervolt. Finde ich extrem interessant, weil ich mich gerne selber mal auspeitschen lassen würde. No front an der Stelle, no sexual an der Stelle. Ganz genau, let's go. Ich heiße Vicky, bin 21 Jahre alt und ist eine verdammt schöne Frau. Schülerin und Domina, drei Jahre lang habe ich die geheimsten Fetisch-Fantasien meiner Sklaven erfüllt. Mega. Schon stark, schon stark, ja. Hallo Vicky. Hallo Vicky. Luca fragt sich, wie du zu diesem außergewöhnlichen Beruf gekommen bist. Wahrscheinlich beworben, oder? Da hat jemand damals vor einigen Jahren etwas auf Snapchat gepostet, einen ganz normalen Chatverlauf, den ich mir dann... Das Ding ist halt, sie ist halt 21, Alter, die macht, dass sie in dir 18 ist, das ist schon echt crazy, Mann. ...her angeguckt habe und dann einfach gegoogelt habe. Sie sieht so lieb aus, Mann. Sklave, Herren, solche Begriffe, die gefallen sind. Okay, okay. Dann bin ich auf ein Portal gestoßen. Und hast du dich dann angemeldet bei so einem Portal? Ja. Bruder, das mit 18 im Move zu machen, sozusagen so. Du wählst das einfach Domina. Schön, 10. Strong, strong. Dankeschön für die ganzen Prime-Subs, außer ich bin im Prime-Minute-Chat nachrui blärt, oh yeah. Und dann haben sich auch schnell Leute bei dir gemeldet? Sehr, sehr schnell. Auch mit konkreten Aussagen, konkreten Nicht-Wünschen, aber Treffen, was ich am Anfang ziemlich lustig fand. Super-Gerilla123 möchte wissen, wie war dein erstes Mal? Es war eine Art Cash-and-Go. Also ihr normales erstes Mal wahrscheinlich jetzt nicht, sondern wahrscheinlich ihr erstes Mal dominieren, dominant, dominus, domino day. Ihr erster domino day. Wie war ihr erster domino day? Das würde ich jetzt gerne an der Stelle auch wissen. Wie der Begriff schon erklärt, Geld und gehen. So lief das dann auch wirklich ab. Ich habe es nicht geglaubt. Bin trotzdem hingegangen, einfach aus Neugier. Da stand dann jemand mit einem Briefumschlag und den Worten, hallo, Herrin. Was ich ziemlich amüsant fand. Ich habe auch keine Worte darauf gefunden und dann war die Person auch schon weg. Ich hatte den Briefumschlag in der Hand. Was? Mit einem Brief drinne und einem Tribut. Ja, aber wie viel Geld war drin? Das wollen wir wissen. Eins in den Chat, wenn ihr auch einfach Geld schenken würdet, einfach ohne Grund. Zwei in den Chat, wenn ihr euch denkt, what the fuck. Das war das erste Treffen. War das ein Liebesbrief? Es war kein Liebesbrief. Es erzählte die Vergangenheit der Person und wie die Person... Ich sehe hier ausschließlich Zweien im Chat. Fühle ich Leute. Aber wem es irgendwie was gibt, Alter, einfach mal 200 Euro an irgendeine Frau zu verschenken. Hey, macht euer Ding so. Mich stört es nicht. Zu so einem außergewöhnlichen Charakter bzw. devotem Daseins gekommen ist. Hast du die Person nochmal wieder gesehen? Ja, mehrere Male. Die Person hat mir sozusagen gedient in verschiedenen Bereichen. Einerseits hat die Person mir Essen gebracht. Man, die sieht so lieb aus. Wir haben ja Nächte im Hotel gebucht, Reisen, Shopping. Sie sieht so lieb aus, Alter. Sie sieht so lieb aus und dann ist sie so crazy, Mann. Sie ist schon sehr hübsch, das stimmt, ja. Sie sieht ein bisschen aus wie Emilia Clarke. Aller Game of Thrones, ihr Let's verstehen. Lüge. Ja. RondiHondi interessiert, wie läuft so ein Treffen mit einem Kunden eigentlich ab? Also erstens, es ist kein Kunde, es ist kein Gast, es ist kein Klient und kein Patient, sondern es ist ganz einfach ein Sklave. Da jetzt die Ähnlichkeit zu Emilia Clarke, Sprengerin der Ketten, mal umgedreht, Game of Thrones an der Stelle einfach mal missverstanden. Sie kettet die Leute an, Emilia Clarke kettet die Leute ab. Passt. Und man trifft sich mit einem Sklaven wie folgt. Man meldet sich auf einem Portal an oder man stellt eine Anzeige auf einer bestimmten Seite und diese wird dann von einem Sklaven beantwortet mit den Worten, die die Herrin sich wünscht. Also es wird sich richtig beworben darauf. Ja, und dann spricht man sich einfach ab, schickt sich Bilder bzw. bekommt Bilder von dem Sklaven, damit man ihn natürlich erkennt auf der Straße. Man trifft sich dann draußen an einem neutralen Ort. Okay, macht ja auch Sinn. Dann lernt man sich erstmal kennen. Dann lernt man sich erstmal kennen. Dann lernt man sich erstmal kennen. Dann lernt man sich auf Augenhöhe, meistens schon direkt in einem Domina-Sklaven-Verhältnis. Das heißt, die sieht ihn im Café und schlägt ihm erstmal eine in die Fresse oder was? Das bedeutet, dass der Sklave der Herrin oder der Göttin unterwürfig ist. Die Göttin sogar. Er begrüßt sie, schaut sie dabei aber nicht an. Ingolver fragt, schläfst du mit deinen Sklaven? Wahrscheinlich nicht. Ich bin keine Prostituierte. Eine richtige Herrin ist unantastbar und unberührbar, bis auf eventuell ihre Füße. Es gibt manche Herrinnen oder Ladies, die sich an bestimmten Körperstellen berühren lassen. Das Ohrläppchen, sehr gefragt bei Dominas, absolut rein in die Olga. Oder ein wenig Erotik einbringen. Ich bin keine davon. Okay. Okay. Alex Sprauger interessiert. Musst du dich beim Dominieren verstellen oder bist du einfach du selbst? Einerseits ist man man selber. Ah ja. Aber andererseits spielt man schon eine gewisse Rolle. Es ist jetzt nicht so wie im Theater. Es ist auch nicht die pure Realität. Es ist einfach wie, als wenn man stumpf gesagt einen Hund hat. What the fuck, Alter? Also ich bin da ja so ein bisschen außen vor, Mann. Ich finde das nicht so. Für mich persönlich ist das nichts. Klar ist das sicherlich mal was anderes, wenn eine Frau ein bisschen outgoing mehr ist. Aber ich würde mich jetzt nicht da so ketten und ne, ist nicht so meins so. Aber ja, ey. Du ja ting. Du ja ting. Weißt du, was ich meine? So können die, Alter. Wenn Leute das machen, gerne, Mann. Gerne. Den man erziehen muss. Da versetzt man sich auch nicht in eine Rolle. Aber man ist trotzdem nicht ganz man selbst. Also man ist einfach ein bisschen strenger, orientierter, gezielter und man lacht nicht mehr so viel. Ah ja. Da muss man dazu sagen, dass es zwei verschiedene Arten von Sklaven gibt. Einmal die Naturdevoten, die generell an sich keine Wünsche haben und auch nicht haben dürfen. Ah ja. Und einmal die Fetisch-Sklaven, die kommen dann einfach mit einem bestimmten Fetisch und fragen, ob dieser erfüllt werden kann. Zum Beispiel kannst du meinen Kopf in die Fertöse drücken? Okay. Kann ich dir 1000 Euro geben? Okay. Ich spiele Fuß-Erotik, nennt sich das. Ich glaube, das ist nicht strafbar. Es hat aber nichts mit Erotik zu tun, denn es werden einfach nur meine Füße gezeigt und die dürfen sich dann angesehen werden. Ah ja. Dann gibt es noch Fetische, wie man lässt sich fesseln und hat dann einfach aus. Das nennt man so Geduldsspiele. Okay. Es gibt zusätzlich auch noch die Sklaven, die sich wie ein Baby oder wie ein Kleinkind fühlen. Da ist halt immer das Ding. Also das verstehe ich persönlich auf einem Level nicht, weil ich halt ganz anders bin, Alter. Also ich bin da raus. So wisst ihr, was ich meine? Ich habe da selber gar keinen Turn drauf. Aber ich habe mal folgenden klugen Satz gesagt, meine Freunde. Und da bleibe ich bei. Macht mit jedem Menschen, wenn ihr wollt, alles sexuell. Solange der andere Mensch damit cool ist und das keine Zwangslage ist, solange der andere Mensch volljährig ist und keiner dabei verletzt wird und keine Tiere mit drin sind und der andere Mensch im besten Fall noch lebt, dann ist das alles fein. Dann kann jeder mit jedem so machen, in meinem Konsens, wie er möchte, Alter. Solange das alles in einem gemeinsamen Einverständnis passiert. Ich bin da persönlich raus, aber liebe Dame, du bist trotzdem sehr schön. Vielleicht kann man sich ja mal außerhalb dieser ganzen Geschichte, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Lassen wir es einfach. Schauen wir einfach weiter. Die werden dann auch so behandelt, dass ihnen also gesagt wird, was sie am Tag zu tun haben, was sie zu essen haben, wie sie sich zu kleiden haben, wann sie die Unterhosen wechseln sollen. Perfekt. Da dann auch an der Stelle einfach mal die Unterhosen drei Wochen nicht wechseln. Absolut schmackhaft. Und dann gibt es noch eine Art Pet Play. Das ist auch eine psychische und spielerische Sache, die sehr groß ist. Das heißt, dass man den Sklaven als Tier behandelt. Perfekt. In den meisten Fällen als Hund oder Schwein. Was ist denn mit einem Elefanten? Schwein ist jetzt ein bisschen, also bin ich jetzt nicht so drin, aber vielleicht so ein Elefant. Also ich meine, als Elefant oder so, schon eigentlich ganz interessant. Nee, auch irgendwie weird. Ja, siehst du, ich habe es dir gesagt. Wo wir gerade von Sklaven, das ist kein Cockring, das ist ein Spielzeug von meinem Hund, nur dass ihr das wisst. Das krasseste, was ich hatte, war als Schwein. Und dieses Schwein war komplett nicht gehörig, was psychisch schon relativ krass ist. Und was hast du dann mit dem Schwein gemacht? Naja, Schweine behandelt man wie Dreck. Man peitscht sie aus. Ich glaube nicht, dass man Schweine auspeitscht. Also jetzt als Tier würde ich ein Schwein nicht auspeitschen, bin ich ehrlich, Mann. Man erzieht sie, man sagt denen, wo sie hingehen sollen und wo nicht. Und wenn das Schwein dann plötzlich anfängt, mehrere Minuten lang zu grunzen, dann wird es schon komisch. Auch für die Herren. Und der krasseste Fetisch, den es gibt, nennt sich KV und NS. Da bin ich komplett raus. Ich weiß, was jetzt kommt, Alter. Ich weiß leider Gottes, was diese Begriffe bedeuten. Für was steht das? KV für Kaviar und NS für Natursekt. Und wie muss ich mir Kaviar vorstellen? Wie Stuhlgang. Ach, lecker. Und was machst du damit dann? Ollo Kashi. Gut, das ist natürlich jetzt die belastendste Antwort aller Zeiten. Ich will absolut nicht. Also ich meine, sie hat jetzt bewusst nicht drauf geantwortet. Wahrscheinlich war das einfach zu crazy, was sie damit tut. Gehen wir auch gar nicht näher drauf ein. An der Stelle ausrufszeichen Prime. Perfekt. Frag. Hast du schon mal auf jemanden uriniert? Ja. Champagner mag doch jeder. Junge. Harry Jane fragt. Masturbieren deine Sklaven bei den Treffen? Viele der Sklaven oder einige der Sklaven, was ich erlebt habe, die kommen einfach so, beziehungsweise... Also die kommen einfach so zu dem Treffen hin, ne? Klar. ...beziehungsweise die erleichtern sich einfach so, ohne jegliche Berührung. Manche Sklaven sind dabei angezogen, manche Sklaven sind nackt. Worauf ich aber keine Acht gebe. Mir als Herrin ist es egal, ob die Sklaven nackt sind oder angezogen. Sie sind mir trotzdem unterwürfig, da spielt das keine Rolle für mich. Perfekt. Bist du selbst auch erregt? Nein. Das ist einfach nur so ein Hobby. Die Visite fragt. Wer sind deine Sklaven? Von normaler Angestellter über Student. Perfekt. Also wenn Studenten sich das leisten können, was äh... Oh, falscher Knopf. Was kostet das? Vor Beamter bis Mediziner bis Manager. Alles. Bundeskanzler. Alles vom Alter her auch sehr unterschiedlich. Also teilweise auch in meinem Alter bis hin zu den über 60ern. Also schon knapp vor der Rente ist alles dabei. Manche sind auch verheiratet, haben Kinder getrennt, geschieden. Da gab es zum Beispiel einen Polizisten, der Sklave war, der lange gedient hat. Der hat mir zum Beispiel Dinge zur Post gebracht. Ihr die Waffe gegeben und so weiter und so fort. Okay, schauen wir mal ganz kurz ein bisschen weiter. Ich kann es mir nicht... Also es geht mir einfach mal vor. Damenkleidung oder mit Lippenstift ist ja schon lustig. Also der Sklave ist dafür da, dass ich... Und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich nichts für ihn ist. Ah ja. Josy fragt. Hast du schon mal etwas gemacht, das du im Nachhinein bereut hast? Interessant. Ja. Okay. Ich habe einen Sklaven fast den ganzen Tag eine Orgel auf einer Sackkarre rumfahren lassen. Ich verstehe es nicht. Er sollte sie verkaufen, hat es aber nicht geschafft und musste dann noch ein paar Extra-Runden drehen. Die andere Geschichte beginnt mit einer Gurke. Der Sklave musste scheinbar einen Gurkensalat machen und hat scheinbar eine Allergie gegen Salat-Dressing. Genau. Es gab einmal Äußerungen, auf die bin ich teilweise auch nur eingegangen oder zu treffen gegangen, weil ich erstens helfen wollte und weil ich wissen wollte, ob das wirklich der Realität entspricht. Da wurde ich einmal angefragt, ob ich ein Sklaven das Leben beenden könnte. Holy Shit, man. Auf eine dominante Art und Weise, die ich absolut nicht verstanden habe. Ich habe mich trotzdem mit diesem Sklaven getroffen, um einfach mal zu wissen, was in seinem Kopf ist. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir beenden das an der Stelle. Wer sich den Rest gerne anschauen möchte, links in der Videobeschreibung, ist es sehr interessant. Persönlich muss ich sagen, Respekt vor ihr, dass sie das so macht, dass sie das so hinbekommt und da ihre Rolle so durchspielt. Mein Chat macht die ganze Zeit nur noch dieses Emote hier. Gut, da sind wir jetzt an der Stelle am Ende. Wenn ihr mehr solche Reacts haben wollt, dann schreibt mir doch gerne. Und die Dame hat sogar tatsächlich Instagram. Gut, warte mal, kenne ich den nicht? Ist das nicht... Ist egal, wer...